Das ist jetzt eher die Release, obwohl er viel, das magst du mit der Vorhand abdecken muss. Sehr, sehr starker Match, weil hier nochmal, es geht vor, rechts, parallel raus, gar nicht gesehen gehabt, aber ja, ist über dem Tisch. Jetzt geht er raus, jetzt auch hier, du warst wieder da, ah, das war jetzt, ah, da kommt er, ah, da gut reagiert, schade, wenn es auch leicht aus, verdienter Sieg für Feng, der war. Oh, aber das war sehr, sehr straksaktionell, aber der hat momentan echt versucht, weit raus zu platzieren. Guter Körpersprache unterwegs. Oh, zieht er ein bisschen mit der Kante. Patrick reagiert super. Dritten Matchball, holt sich Thiago den Sieg. Boah. Das muss ich jetzt sagen, schade. Ja, da war so schön am Drücker. Ja, ja. Drazierung gewählt. 1-1. Wow. Super Ballwechsel. Fang macht es sehr gut. Hält mit der Rückgang den Ball ins Spiel. Block. Schade. Also, 14 zu 12. Liebe Grenzauer, ihr freut euch, wir sind ein bisschen traurig, dass das jetzt doch... Ja, traurig. Enttäuscht. Ich bin der Wolfsstander. Ich bin der Wolfsstander. Boah, stark von Patrick, bleibt da vorne stehen. Einer seiner besten Bälle, dieser Rückhandblock. Und dann noch ein Doppel. Ja, ja. Ach, der war draus eigentlich. Ja. Ja. Nach, nach, ja, hin und her eigentlich. Aber zunächst schon sicher geglaubter Satz. Sehr stark. Reaktion sehr stark von Rick. Ja, mit 2-0 im Rücken. Und wirklich eine Steigerung. Was entspannter. Und da ist er. Sehr, sehr schön. Da sind sie. Die ersten zwei Punkte für den ASV.